Hi, hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia. Ja, das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, wir sind runtergefallen, haben die Schleime besiegt. Ich habe die Ausrüstung geändert. Justin hat jetzt die alte Rüstung an. Was bekommen wir jetzt noch? Dynamit, wow. Und Su hat die glänzenden Schuhe, genau. So, du machst Kombi auf die Fledermäuse. Oh, du machst hier kritisch, nein, du wollte ich schlagen. Wie knapp das Viech überlebt. Egal, jetzt hau drauf. Mach es weg. Und beide ein Level ab, schön. Ein schwarzes Bild ist schwarz. Ja, hier ist nicht wirklich was. Wah, Gott, jetzt. So langsam wird er echt haarig hier. Jetzt kommt schon ein Reisschleim auf uns zu. Oh nein, doch nicht. Okay. Kombi. Kombi. Doch mehr Kräuter für uns, schön. Ja, bei denen sieht man so schlecht, ob man die jetzt von vorne oder von hinten getroffen hat. Moment, das klingt falsch. Egal. Greener Schlein. Die große Bühne-Schlein sieht echt widerlich aus. Versucht hier mal alle abzugleichen. Au. Oder auch nicht. Lohnt sich das? Das lohnt sich gleich. Toll. Und nochmal kritisch auf den. Den hättet ihr eigentlich mit Kombi angreifen müssen. Ach, bitte. Was? So. Das war jetzt echt gemein. Alle aufs Suche. Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Darum ist noch mehr Schleim. Ja, dann schauen wir uns mal weiter hier um. Es ist so ein bisschen schade, dass man hier keine Minimapen hat. In dem Spiel. Okay, das halten wir auch. Dann gehen wir mal hier weiter. Na, Fledermäuse. Wieder mal. Du bist dran. Jawohl. Wow. Das sind eine Menge Fledermäuse. Hauen wir sie zu klub. Und Kombi. Auf geht's. Jawollja. Und wieder 18 Gold. Meine Güte. Jetzt habe ich auch ein Kloß im Hals. Wo wollte ich jetzt lang? Hier hoch? Ich glaube, ja. Oder war ich hier oben schon? Nein. Och, Manu. Da gehe ich halt hier hoch. Gut, ihr wollt kämpfen. Ihr kriegt den Deckel. Ich habe halt immer ein bisschen Bammel davor, wegzulaufen. Einfach weil... Ja, dann springen die mir in den Rücken. Und... Ja, dann bin ich plötzlich in den Hinterhalt geraten. Das ist natürlich bei dem Spiel recht ungut. Aber so bekommen wir Erfahrungspunkte und Gold und können uns davon neue Sachen kaufen. Hehehe. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Da... Na, ei! Was zum... Warum fällt hier alles runter? Weil es Ruinen sind. Ach so! Aber egal. Mir kommt trotzdem an diese Axt. Hahaha! Was wäre ich sonst für ein Abenteurer? Eine Stein-Axt. Da hinten liegt noch Geld. Will alles haben. Oh, das ist ein Abenteuer. Verdammt. Aber das kriegen wir hin. Jawoll! So, wo lag jetzt das Geld? Ach guck mal. Klar lag das Geld. Und ein Speicherpunkt ist da oben. Den will ich haben. Alleine schon fürs Heilen. So, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir das hier am geschicktesten einfädeln. Ich glaube, wir gehen mal kritisch auf den los. Du gehst mit einer Kombi auf die weiterhin stehen hinzu. Ah, kritisch auf C. Ja. Das ist teilweise echt schwierig abzuschätzen, wen ich abbrechen kann. Nein, dann machen wir nur Kombi. Ja. Stufe Schwert 11. Wann? Ich wollte auf die Achse jetzt wechseln. Egal, vielleicht finden wir ja dann irgendwann wieder ein gutes Schwert und dann können wir das auch so benutzen. Keine Ahnung. So, wie kommen wir jetzt hier nach oben? So, wie kommen wir jetzt hier nach oben? Nur auf die Spurschuße? Nee, kann ja gar nicht sein. Wir haben ja schon hier oben, aber die noch gar nicht mehr. Entschuldigung. Und einfach nur Kombi und du das. Du sagst es, Justin, du sagst es. Heute ist irgendwann nicht richtig. Okay. Da kann man rüberspringen. Da ist uns irgendwas im Weg gerollt. Da sollen wir nicht lang. Okay. Hier haben wir wieder das Ding. Da ist eine Potion, ich glaube, ah, da... Oh oh, Hinterhalt. Ich habe noch nie mal was gesehen, aber es ist schön, hey! Aber es sind ja nur Fledermäuser hier, komm. Kombi, bau rein, Kollege Schnürschuh. Justin, regle das. Zack. Alright, we won! Zaw. Verdammt, ich bin abgerutscht. Nein! Ja. Ich will aber erstmal das hier haben. Was auch immer es ist, ich will es haben. Ein Lebenstrang. Hä? Äh, was, wieso? Nein! Was soll das denn hier? Oh, danke Spiel, danke. Hä? Ich möchte gerne die dösige Schürze. Ich bin nur ein Geist. Auf geht's? Fertig. Ich mache die Heist. Oh, es ist doch egal. Oh, es ist doch egal. Es gibt einen Geist. Ich belege mich. Ich habe die Heist. Oder? Ich habe das garanti. Oh, es geht mich. Da ist doch egal, hier. Oh, es ist doch egal. Toll, jetzt ist das Wiederbelebungs-Item weg. Das heißt, ich kann auch nicht zwischen den Folgen einfach sagen, dass ich zwischen den Folgen aufräume, weil dann passiert sowas. Scheiße. Schön, Belebungseit am Weg, ja. Das riecht mich jetzt ein bisschen auf. Hm, es passiert nichts. Aber doch ziemlich verdächtig. Ah, sehr unnatürlich für eine bloße Statue. Am besten erstatten wir Herrn Mallernbericht. Hm, du hast wohl recht. Gehen wir! Hoi, das war knapp. Wenn wir uns nicht so schnell versteckt hätten, wären wir erledigt gewesen. Ja, wären wir und ja, wir sehen uns dann wohl beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich dann auch mit ein bisschen mehr Glück. Bis dahin und hoffentlich auf Wiedersehen. ... Vielen Dank.